Die Stimmung zwischen Emma und ihrer Mutter Svenja ist äußerst angespannt. Als Emma auch noch im Sonnenstudio gefeuert wird, geht sie erst einmal gar nicht nach Hause. Doch Svenja spürt ihre Tochter am Rhein auf und macht ihr eine Szene. Emma und ihre Mutter Svenja haben eine sehr schlechte Beziehung. Nachdem Emma auch noch ihren Job im Sonnenstudio verliert, geht sie nicht nach Hause. Emma nimmt die Moralpredigten ihrer Mutter Svenja immer weniger ernst, was diese natürlich erst recht auf die Palme bringt. Svenja ist nicht nur wütend, sondern allmählich auch verzweifelt. Auch im Sonnenstudio gibt es wieder Ärger. Als sich Emmas Freunde dort einmal mehr daneben benehmen, macht Sandra kurzen Prozess und feuert Emma. Das dürfte den nächsten Ärger mit Svenja geben. Um den erst einmal zu vermeiden, geht Emma gar nicht nach Hause. Svenja spürt ihre Tochter aber am Rhein auf und macht ihr im Beisein ihres Schwarms eine Szene. Emma ist das Ganze unfassbar peinlich. Sie haut ab und lässt die fassungslose Svenja einfach stehen. Die Stimmung zwischen Emma und ihrer Mutter Svenja ist äußerst angespannt. Als Emma auch noch im Sonnenstudio gefeuert wird, geht sie erst einmal gar nicht nach Hause. Doch Svenja spürt ihre Tochter am Rhein auf und macht ihr eine Szene. Die Stimmung zwischen Emma und der Tochter am Rhein auf und macht ihr eine Szene. Okay. Alright. Hey. baldseter